Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von der Plague Tale. Wir sollen uns zu dem Haustausch schaffen. Und ich glaube, das wird nicht so einfach werden. Weil das ganze Gebiet hier ein bisschen zu groß. Ohne sie. Na, toll. Lauft der jetzt zu mir hier rauf? Naja, aber schaut mich zumindest genau die Richtung an. Ich glaube, ich werde den Weg rechts irgendwie nehmen. Oh, der geht weiter. Sehr gut. Willst du zumindest ein bisschen im Grasbüschel da schaffen. Wir, wir schaffen das. Ja, und du erholst dich. Hoppast mal. Gott, er ist jetzt keine Gefahr mehr. Da hinten steht noch einer. Er läuft jetzt direkt auf uns zu, was schlecht ist. Ich glaube, da in der Mitte wäre vielleicht nur Gutes drin, aber die ignoriere ich jetzt mal. Oh, der hat sich wieder umgedreht. Da oben steht auch noch einer. Oh. Der Graf von Arl will dieses Land vom Abschaum befreien. Das Mädchen hat deine Brüder getötet. Sie wird an Arten und Stelle hingerichtet. Und wo ist unser Graf? Sein Land wird von der Pest reingesucht. Er erteilt hier die Befehle. Zeig etwas Respekt. Ich möchte zu dieser Kiste da hin. So, also gegen einen können wir uns mal wenigstens jetzt mal wehren. Wir sind fast da, Amesia. Oh, und da kommt er auch runter. Also man kriegt Stücke und Schwefel. Naja. Hast du uns nicht gesehen? Dann gehen wir hier gleich ins Gras rein. Okay. Was bringt uns das, wenn wir uns da hinten reingehen? Da hat es noch einen Pfeil da hinten. Ich will ihn da oben eigentlich loswerden. Aber das kriege ich nicht hin, ohne dass er das nicht an mir kriegt. Okay, haben sie wieder umgedreht. Okay, er darf uns einfach nicht sehen. Okay, er geht jetzt raus. Ah, scheiße. Das war das Falsche. Oh, fuck, geht der jetzt noch da oben? Fuck. Ähm. Einmal Schwefel. Und noch eine Kiste. Sehr geil. Ähm. Was macht die Gegnersituation? Da unten ist jetzt gerade einer gelaufen. Ist noch eine Kiste. Kann ich meinen Pfeil wieder haben? Nee, kann ich nicht. Geht's dir noch gut? Ja. Ja. So. Schön da hinten die Goodies mitnehmen. Oh, große Kiste. Salpeter, Harz, nur mal so fünf Stücke. Aber kein Werkzeug. Was ist mit dem einen? Ah, da ist er ja. Das sieht uns. Ja, komm. Dreh dich mal wieder um. Sehr gut. Ja, das wird mal eine sehr lange Zeit noch nicht sein. Spiele für Salpeter. Ich warte, bis er jetzt zu der Kommune ist. Ich glaube, ich wäre schlau, ne? Ich hoffe, ich sehe den von hier unten. Komm, lauf mal wieder her. Ich will dich sehen. Da ist er ja. Ah, ich hoffe sehr. So, komm. Dreh dich mal um, bitte. Wieder weg. Hier gibt's nichts zu sehen. Sehr gut. Nein, lass mich doch rauf. Okay. Schnell nach da oben. Hat's da wieder seine Zaubertür. Vorher wollen wir wissen, dass dringend keine Kollegen sind. Aber es hat jetzt Gott sei Dank einigermaßen gut funktioniert. Oh, scheiße. Nein. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein. Wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja. Wir müssen hier raus. Es stinkt so sehr. Lauter Tote. Nein. Nein. Stirb nicht. Mir ist schwindelig. Nein. Nicht einschlafen. Bitte. Wach auf. Bitte. Was? Nein, nein. Sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia. Wach auf. Ah, sie sind hier, Amicia. Du musst aufmachen. Was soll der ganze Kach? Mir nach. Oh nein. Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf. Nein. Nein. Sie sind auch hier. Nein. Sie sehen uns. Was soll ich tun? Ähm, was zum... Kannst du dich heute mit WSD bewegen und die Richtung vorgeben? Okay. Was? Ja, lass mich da rein. Oh, geil. Ja, ich glaub schon. Geht's dir gut? Was ist passiert? Höre ich da? Ratten? Keine Sorge. Sie helfen uns. Oh, was? Hey. Ratten. Hast du gesehen? Ratten. Ja. Was ist hier passiert? Sie fressen unsere Männer auf. Vorsicht. Soldaten. Ich kann nicht. Ruhe dich aus. Ich mach das. Wie? Ich zeig's dir. Oh, ich kann jetzt mit dem Rattenholkontrollen und halte die Kugel drücken. Oh, wie cool. Was? Zieh dir auf den Rattenholen und drücke die linke Maustaste. Oh, und dann kann ich sie steuern. Erk plata. David, ich komm mal zurück. Warte, was ist los? Auf den Weg. Das... Nico! Erkurt! платten mir! Erk gratuliert mich? So, geschafft. Was war das? Hast du wirklich... Ja, kannst du aufstehen? Ich muss ruhig. Los, gehen wir. Du musst dich dringend ausruhen. Okay, jetzt haben wir erstmal... Hast du es wirklich beherrscht? Ja. Ich darf sie benutzen. Ja, aber das ist doch nicht das erste Mal. Gut. Gehen wir erstmal weiter. Ähm... Okay, aber sie greifen uns ja trotzdem erstmal an. Also brauchen wir hier Feuer. Ähm... Das ist aber nicht so cool jetzt da. Wir können auch das schonmal anmachen. Ähm... Warte mal, wie war das nochmal? Ähm... Ignifer... Extinguis... Thermiterschleuder. Das ist, wenn ich dort Tier reinhaue. Und hier... Okay. Komm schon wieder runter. ...Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch... ...in meinem Kopf hören. Hast du sie... ...wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal... ...wai ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Macht es Sinn, dass ihr nach da hinten geht? Nein, nein. Gehen wir nach da oben. Hoffentlich greifen sie uns jetzt hier nicht an. Zur Sicherheit... Ah, ihr habt keinen Topf mehr. Bitte greift uns nicht an. Ah, ich glaube, das ist ein Fehler. Oh, hier geht es gar nicht raus. Wir müssten... Vermutlich da mal hinter die Tür da durch. Okay, schnell weg hier. Was, 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 was? Weg hier? Nein. Ah, das hat jetzt nichts gebracht. Wo müssen wir hin? Wo ist der Ausgang? Also wenn ich da... Jetzt mit Kuh, das ist ein Schwarmsteuer. Das kann ich ja nicht wegbringen, ne? Also hier geht es dann klar hier nach da oben. Ah, ich würde sagen, geht es mal hier wieder runter. Opfern geht er vermutlich auch nicht. Ne, das ist wie ne... Wie ne Wand. Okay, gehen wir hier wieder raus. Shit. Bin ich wirklich überfragt? Also halt. Äh, überdachen. Feuer. Und... Der. Ja. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen. Deine Emotionen aufsaugen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Ich meine, da hinten hat sie sie eine Fackel, aber... Wenn ich dann nach da hinten gehe, komme ich halt nicht mehr weiter. Alter. Bleibt es weg von mir. Hm. Ach so, warte mal. Ich kann das Teil hier einfach nehmen. Ja, das macht es jetzt einfacher. Okay, das war die Lösung. Das habe ich nicht gesehen. So geht es weg hier. So, Gott sei Dank. Kriegen wir hier auch noch ein bisschen Loot. So, weg hier. Oh, da ist es mal ganz kurz Fleck. Okay, und du kommst dann hier dahin. So. Oh, tschüss. Mir ist kalt. Muss mich schneller bewegen. Ja. Das hält dich warm. So, was für gut ist... Ach, da wird es gerade weit. Weg gehen. Hä? Also, wir haben die Tür und das hier. Ein Stück Stoff. Der ist neu. Dein Verband ist schmutzig. Wechseln wir ihn. Wir könnten die hier verwenden. Sie sind sauber. Wie denn? Ach so, da ist es eh. So. Damit fühlst du dich besser. Hoffentlich. Welchen? Ist Meg... Den da. Hm? Nicht bewegen. Entschuldige. Fertig. Danke. Ich hoffe, das hilft. Ja, nehmt's doch gleich mal mehr mit. Aber gut, sind wir da reingegangen. Bergbank... Kann ich ja eh vergessen. Ja, dann gehen wir mal hier raus. Ah, toll. Was jetzt? Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Sie haben diese Leute aufgeflessen. Lass die Toten. Wenn wir das Mädchen nicht kalt machen, dann geht's uns schlimmer als denen. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich passe auf dich auf. Was sind denn die Ratten? Was passiert denn, wenn ich Kuh drücke? Amicia, da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Rauslocken? Ähm. Na los, benutze sie. Ja, ich bringe uns da durch. Okay, cool. Das ist so cool. Und dich nehmen wir auch noch mit. Na, haben wir da noch mehr? Ja, da oben. Ah, ich muss erst mal... ...die Lichter ausmachen. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja, aber sei vorsichtig. Ja, mach... ...nicht die gleichen Fehler wie ich. Das ist alles. Schön gesagt. Berit. Hier drin. Mal geholt noch mal genügend. Und da... Oh ja, gerne bitte. Einmal mitnehmen. Ich könnte mal wieder... ...ein paar Sachen herstellen. Ähm. So. Extinguus war ich gestanden schon mal. Warte mal. Ähm. So, komm. Oh, tschüss. Naja, fuck. Der hat auch eine Fackel. Komm mal bei dir rein. Oh ja. Ähm. Wollt ihr euch verstecken? Nein. Tipp. Bei dem da oben kommen wir halt nicht hin. Da laufen jetzt gerade die Ratten wieder raus. Ah. Wir müssen selber aufpassen. Ah, schaut euch das an. Die gehen jetzt dann gerade wieder auf die Leiche hier. Wie so ein Magnet. Die Arbeiter sind alle tot. Das warst nicht du. Ich weiß, aber... Es hört nie auf. Ich glaube, es ist ja ein bisschen safer, wenn wir hier links gehen. Die kriege ich ja hier nicht, ne? Ähm. Kann man sich nicht runterschleichen. Hier geht's runter. Ja. So, mal schnell. Ah, so geht's natürlich auch. Jetzt schaut er wieder voll zu mir. Komm, geh mal wieder. Komm, hoch mit dir. Watten, bitte greift mich jetzt nicht an. Okay. Problem gelöst. Oh, da läuft einer ohne Fackel rum. Äh. Wo mal hier ein Schwarm? Shit. Kein Schwarm zum Auswählen. Okay, er läuft nach oben. Dann gehen wir mal wieder. Geh mal in das Haus rein. Schauen wir mal da was Schönes haben. Wir sind seine Sache, sehe ich schon mal. Immer gut zu haben. Tut es sehr weh? Ja. Es wird aufhören. Ich heile dich. Yes, hab's doch gewusst. Fünf Stücke. Ja, wir gehen mal wieder in Schleichposition. Wir haben hier zwei Typen. Einer läuft da. Ah, da können wir mit den Ratten rausgehen. Sehe ich gerade. Ah, da kriege ich vielleicht von hier irgendwie einen Schwarm. Ich kriege keinen Schwarm hier. Ähm. Gerade. Vielleicht so. Hm. Ich muss da... Ich muss die wirklich ein bisschen mehr ausnutzen. was ich unter Kontrolle hab. Okay, drei Typen. Fackel. Keine Fackel, der in der Mitte bleibt. Bleibt einfach nur da stehen. Dann würde ich sagen, gehen wir da nach links oben zu dem Wagen. Können wir jetzt gerade mal schauen, wie er sich da oben bewegt. Geht auf der rechten Seite nach oben. Er da hinten wird jetzt dann garantiert wieder hochgehen. Ich hab noch gar kein Foto gemacht für die Episode. Fällt mir jetzt gerade so ein. Das sollte ich vielleicht noch machen. So, da ist er. Kann gerade wieder umdrehen, bitte. War nicht da unten durch. Ja. Cool. Läuft. Darf uns einfach hier keiner sehen. Warum dreh dich wieder um. Können wir eigentlich gerade durchgehen. Na toll. Ähm, ich geh mal ganz kurz in den Foto-Modus. Ich hoffe, das geht von hier. Oh, das geht. Ich möchte nämlich hier noch äh kurz ein Foto machen. Äh, Schärfentiefe. Und Foto. Aber das kann man jetzt hier voll zum Cheaten nutzen, denn ich kann ja jetzt gucken, also eher lau... Ja, ich mach das jetzt mal. Äh, ein bisschen nach oben. Da haben wir jetzt zwei. Ihm haben wir da. Ich glaub, wir müssen dann hier rein. Hoffe, der nimmt uns jetzt hier da nicht gleich auseinander. Erraten aber auch keine mehr. Ich weiß nicht, warum ist jetzt er da angegangen. Okay, ich tue noch mal cheaten. Aber bitte tut sie nicht verurteilt. Ähm... Ist hier oben jetzt jemand? Oh ja, da auf der Seite ist jemand. Scheiße. Aber die anderen sind unten. Ja gut, dann haben wir jetzt nur den auf der Seite. Aber ich seh den halt auch nicht. Okay, noch mal gucken mit Totobodus. Was macht jetzt der? Ah, der läuft jetzt direkt an uns vorbei. Okay. Hinter uns. Was machst du? Äh, ist da hinten ein Weg? Oh. Okay. Dann würde ich sagen, ist jetzt für uns Zeit zu gehen. Keiner mehr da? Ah, das ist so... Wohl Feature ausnutzen, für was sie eigentlich gar nicht gedacht gewesen sind. Uh. Und zu sparen. Sehr gut. Oh, holy shit. Ähm, 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 ähm. Ähm, scheiße. Fuck. Fuck. Ich bin der Hüter und der Vollstreiker des Gesetzes. Ach, verdammte Hex. Ich zerbreche dir den Schädel. Sieh dich an. Amicia, sein Rücken. Wie sein Rücken. Ich sehe es. Wir wollen nicht, was euch an. Was ist mit seinem Rücken? Ah. Nice. Ja, das war jetzt einfacher, als ich gedacht hätte. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Ähm, Amicia. Amicia. Oh nein. Es blutet so sehr. Da, da sind sie. Na, super. Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher? Tu es. Schnell. Na, toll. Geht weg. Das reicht. Beherrsch dich, Vigo. Das ist dein Ende. Aufhören. Sonst töte ich euch alle. Ich hab's schon mal getan. Was machen die Rappen hier? Ja. Hä? Hä? Äh? 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 Sie beschätzen sie. Der Junge muss sie kontrollieren. Ja? Ich bin kein Monster. Äh? 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 Was unsere Stadt zerstört. Ihr seid alle gleich. Äh? Ich hab es dann. Kommt ruhig. Sie werden euch auch fressen. Das ist eigentlich schon ein bisschen hart, was wir hier machen. Ihr wisst genau, Halt! Nein! 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 Gerne mit! Ich brenne euch alle auf! Hör damit auf, Ugo! Das geht super nicht! Nein! Hör auf! Ugo! Du verlierst die Kontrolle! Ugo? Ugo! Was ist los? Was ist los? Ach du Scheiße. Oh nein! Ugo! Nein! Oh Gott! Gott! Oh le shit! Wir müssen hier raus! Was? Was soll der ganze Lärm? Was? Ist passiert? Ich... Bring uns hier raus! Ich... Ich hab's wieder getan. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich... Schaffe das! Aber sie greifen ja noch nicht direkt an. Ich... Mach dich mal... Mach dich mal... Amicia, komm! Ich kann nicht... Bitte! Ich kann nicht! Amicia, schnell! Ich kann nicht... Amicia! Bitte komm! Bitte, Amicia! Oh nein, Scheiße! Was? Warum jetzt die Blende? Nö. Oh, das ist doch gemein. Hä? Ist ja da ganz woanders. Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt uns zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Er besorgt uns ein Boot. Wer ist das jetzt? Zu Hause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskontest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah, verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen! Darf ich das ansehen? Bitte... Habt noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon... Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Wieso bist du zurückgekommen und hast mich nicht sterben lassen? Sag mir, wieso sollte ich dir trauen? Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer... ...meiner Freunde... ...wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur... ...am Leben halten. Bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier... ...erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Spannend, spannend. Und? Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche... So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Wir sind wieder über der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüdle! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüdle!